Keine Rentenapokalypse, Rentenkollaps bei der deutschen Rentenversicherung wegen verfassungswidrigen Bundeshaushalt. Renten sind vorerst sicher. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe vor ein paar Tagen ein Video zum Thema Streichung 3-Monats-Renten wegen 60 Milliarden Euro Haushaltsloch erhalten. Erhalten Rentner Einkaufsgutscheine veröffentlicht. Ich werde dieses Video auch nochmal in diesem Video hier verlinken, dann können Sie da bitte nochmal drauf gehen. Hintergrund dieses Videos, was ich damals veröffentlicht habe oder vor kurzem veröffentlicht habe, war eine Mail, die ich erhalten habe, wo eine besorgte Bürgerin mir geschrieben hat, dass sie gehört habe, dass wohl aufgrund des 60 Milliarden Haushaltslochs 3-Monats-Renten gestrichen werden sollen, also sozusagen damit das Haushaltsloch finanziert werden soll und ob den Rentner jetzt Einkaufsgutscheine erhalten. Ich habe das sozusagen in dem Video hier thematisiert und es haben dann tatsächlich, ich zeige Ihnen das mal, über 900.000 Menschen dieses Video sich angeschaut. Wir haben sehr, sehr gute, wohlwollende Kommentare erhalten zum Video, natürlich aber auch kritische Äußerungen, so nach dem Motto, Herr Knöppel, Sie verbreiten ja auch nur Angst und Schrecken. Nein, meine Damen und Herren, das mache ich nicht. Ich verbreite sicherlich keine Angst und Schrecken, sondern ich wollte mit diesem Video ganz klarstellen, dass solche Mitteilungen, solche Informationen, die an einzelne Menschen herangetragen sind, genauso falsch sind wie solche Informationen, die veröffentlicht werden, dass zum Beispiel hier Rentenleistungen wie die Mütterrente 1 und 2 oder die Rente mit 63 zu kürzen sind oder abzuschaffen sind, dass alles sowas letzten Endes nicht der Realität entspricht. Hierzu hat auch die Deutsche Rentenversicherung in einer Pressemitteilung ganz klar was zum Thema gesagt. Meine Damen und Herren, klar ist natürlich auch, dass die Finanzlage der Deutschen Rentenversicherung nach aktuellem Rentenversicherungsbericht sehr gut ist. Gut, sehr gut ist. Die Kriegskasse ist mit 44 Milliarden Euro, das ist die sogenannte Nachhaltigkeitsrücklage, gut gefüllt. Das heißt also, die Rentenversicherung kann ihre Aufgaben weiter wahrnehmen. So auch meine persönliche Wahrnehmung. Also ich habe bisher noch niemanden hier in meiner Kundschaft gehabt, dem die Rente gekürzt wurde, nur weil der Bundeshaushalt jetzt aktuell verfassungswidrig ist. Meine Damen und Herren, aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Das muss ich auch dazu sagen, klipp und klar. Auch das ist diese Unwägbarkeit, die letzten Endes wir haben. Neben dem leicht schwächelnden Arbeitsmarkt und den absinkenden Beitragszahlern auch für die Rentenversicherung, obwohl die immer noch sehr, sehr gut sind, kommen in den nächsten Jahren die Babyboomer. Und wenn die in Rente gehen, wir reden hier von über oder bis zu sieben Millionen Menschen, die in Rente gehen, sehr, sehr gut ausgebildete Fachkräfte, dann stellt sich natürlich die Frage, wie können wir diese Lücke, die dann entsteht, in den Beitragszahlern wieder kompensieren. Was auf keinen Fall, und da sind die Vorausprognosen auch im Rentenversicherungsbericht 2023 noch völlig unklar, weil wir überhaupt nicht wissen, wie wir das wegkompensieren können. Können wir das zum Beispiel durch eine gezielte Arbeitsmarktmigration, also Fachkräfte aus dem Ausland ins Inland rüberschieben, wieder kompensieren? Können wir das gegebenenfalls durch eigene Fachkräfte kompensieren, indem wir zum Beispiel für Teilzeit arbeitende Mütter bessere Bedingungen schaffen, indem wir Kindergartenplätze bauen, indem wir zum Beispiel auch die Bedingungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch den Zugang von Bürgergeldempfängern zum Arbeitsmarkt einfach verbessern und da mehr Druck machen. Aber, meine Damen und Herren, all das weiß ich nicht, aber das ist diese Unsicherheit. Und deshalb sage ich für alle nochmal, auch als vielleicht vorweihnachtliches kleines Geschenk von mir, nein, es besteht aktuell kein Grund zur Sorge. Die gesetzliche Rentenversicherung ist solide aufgestellt. Sie wird auch weiterhin ihre Renten zahlen. Die Renten sind vorerst sicher. Ich möchte es wirklich so sagen, vorerst sicher. Meine Damen und Herren, schauen Sie sich bitte nochmal das Video Streichung 3 Monatsrenten in Ruhe an. Dann werden Sie den Kontext auch verstehen. Ich wünsche Ihnen eine super vorweihnachtliche rentenstarke Woche. Alles Gute. Kaufen Sie, wenn Sie können, schöne Weihnachtsbäume. Kaufen Sie schöne Geschenke für Ihre Kinder, für Ihre nächsten Angehörigen, Geliebten und Liebsten. Und starten Sie sozusagen ganz langsam in das Weihnachten. Erholen Sie sich gut. Wir werden auf jeden Fall weiter zur gesetzlichen Rente und zur Lage der Rente in Deutschland berichten. Alles Gute, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.